Hallo und Glück auf! In einem meiner letzten Videos hatte ich ja mehrere Exemplare meines Schwimmgurtes gebaut und diesen zur Verlosung angeboten. Die Resonanz auf das Gewinnspiel war nicht so groß. Wir haben genau vier richtige Antworten und es wurden vier Gurte verlost, also ist das alles relativ einfach an der Stelle. Die vier glücklichen Gewinner sind Irina Dubina, Stefan Hamm, Enrico Heidemeier und der Jens Grilltmer. Ihr vier schreibt mir bitte an meine in der Videobeschreibung angegebene Adresse eine E-Mail mit euren Adressdaten, damit ich euch den Gurt zuschicken kann. Danke fürs Mitmachen und bis bald!